Yo, da sind wir wieder mit dem zweiten Angriff von RMCD. Ja, hier einmal zur Demo für Boki war es, hat den ersten Angriff hier so ein bisschen verkackt, aber haben auch Pech dabei, den poste ich gleich. Und ja, mit RMCD wollte ich Ihnen mal zeigen, wie er es jetzt machen kann. Hat auch nicht ganz geklappt, dass wir dazu sagen, soweit mit den Drachen, war ganz gut. Hier musste ich abwarten, bis die CB rauskam. Und ja, man sieht schon, die erste RA ist kaputt, dann kommt die CB und dann ging es darum, da oben die Schweine zu setzen. Da kommen sie auch schon, was soweit ganz gut war. Allerdings haben die sich dann nicht durchkämpfen können, bis zur letzten RA. Und ja, das hat den ganzen Plan dann zunechte gemacht. Aber so weit ist es so gut. War mein Schmeckern. Hier hätte der Bambachführer da sein müssen, dann wäre die Defense abgelenkt und wir hätten drei Sterne drin gehabt. Naja, was soll's. Sowas auch ganz gut war und ganz knapp hier mit dem LH. Ihr seht das jetzt, dass die LA da vorne, ja, die Drago in, ja, fast in letzter Sekunde geprettet hat. Das war der letzte Schuss noch. Und dann zack, die Warte weg. Und der Rest, naja. Okay, zwei Sterne war ganz ordentlich.